Hallo Internet, wir sind heute in Balderschwang im Ostallgäu. Die Gemeinde ist nicht nur wunderhübsch, sondern sie ist auch spitze. Sie hat den am höchstgelegenen Ortskern in Deutschland. Wir sind hier auf 1044 Meter. Aber Balderschwang hat noch andere Rekorde zu bieten, beispielsweise der Baum da hinter mir. Das ist eine Eibe und die Schätzungen sagen, dass er bis zu 2000 Jahre alt ist und dann wäre das hier möglicherweise sogar der älteste Baum in ganz Deutschland. Und noch ein Rekord hat Balderschwang zu bieten, das wahrscheinlich schönste Medienhaus Deutschlands. Hier hat Radio Horeb sein Zuhause, ein privater christlicher Radiosender. Ein Radiosender hier mitten in den Bergen. Wie kam es dazu? Es geht auf Anfang der 90er Jahre zurück, als der Sohn einer Balderschwanger Familie, jetzt Pater Anton Lesser, damals noch Unternehmensberater, von einem Projekt in Italien gehört hat, das sich Radio Maria nennt. Und dieses Projekt war damals sehr erfolgreich geplant als kleines Pfarreiradio, inzwischen größer als die Reihe. Da hat er gesagt, das wollen wir in Deutschland auch. Die machen eine tolle Sache, katholisches Radio, offen aufgemacht und wir wollen ein bisschen unseren Glauben präsentieren. Das war sein Ansatzpunkt. Und was ist der Inhalt des Radiosenders? Wir sind zunächst mal ein christlich-katholischer Radiosender, aber kein Kirchensender. Das heißt, wir versuchen die Arbeit der Kirche zu tun, aber als Privatinitiative. Das heißt, wir sind ein gemeinnütziger Verein, in dessen Trägerschaft befindet sich der Radiosender Radio Horeb. Horeb vom Berg der Zehn Gebote, Berg Horeb, Berg Sinai. Und wir haben uns eigentlich auf die Pfannen geschrieben, den Glauben aufzubereiten. Vieles, was heutzutage von unserer Jahrhunderte und Jahrtausende alten christlichen Kultur einfach so vom Tisch gefegt wird, wird deswegen vom Tisch gefegt, weil wir oft nicht wissen, wovon wir reden. Das wollen wir ändern. Wir wollen sagen, hier könnt ihr euch informieren. Und das tun wir eben besonders durch Live-Sendungen, wo Leute wirklich ungefiltert mit den Referenten in Kontakt kommen können. Das sind Hunderte in ganz Deutschland und wirklich ausgewählte Fachleute, die man sonst vielleicht gar nicht zu Gesicht bekäme oder mit denen man gar nicht reden könnte, wenn man nicht zufällig bei einer Vorlesung sitzt beim Professor. Und wie kann ich den Sender empfangen? Seit 2011 bundesweit über DHB Plus, Kanal 5C, ganz einfach zu finden auf den DHB-Geräten. Viele kennen den Digitalfunk noch nicht. Wir sind auch über Astradigital, also den Satelliten, den man ja so zu Hause hat, empfangbar. Da muss man unter den Radioprogrammen suchen. Und dann haben wir in fast ganz Deutschland digitale Kabeleinspeisungen, im Internet natürlich über die Homepage und derzeit noch in vielen analogen Kabelnetzen. Und auf UKW in München sind wir auch zu hören, 92.4, jeden Tag 16 Stunden. Wie erfolgreich ist der Sender? Wie messen Sie Erfolg? Das ist auch eine gute Frage. Wir ziehen Rückschlüsse aus der Zahl der Einträge in unserer Datenbank, die wir haben. Wir verschicken jeden Monat 75.000 gedruckte Papierprogramme mit Rundbrief und so weiter an unsere Zuhörer. Wir haben Zahlen von Anrufen beim Hörerservice, ungefähr 60 am Tag, die Anrufe bei den Sendungen. Daraus errechnen wir sehr konservativ derzeit 250.000 Zuhörer. Aber das ist eher konservativ gerechnet. Der Erfolg misst sich für uns eher an den Rückmeldungen der Hörer, die wir haben. In den Live-Sendungen, durch Briefe, durch Telefonate beim Hörerservice, die uns zuhauf erreichen und wo wir von Menschen erfahren, dass sie durch diesen Sender, durch die Inhalte neue Perspektiven im Leben bekommen. Sagen, sie bekommen wieder einen gewissen Halt. Sie finden den Weg in die Gesellschaft zurück, weil sie auf einmal hier ein Umfeld bekommen, aus dem heraus sie sich dann wieder trauen können, auch mit Menschen in der Umgebung wieder in Kontakt zu kommen. Wir sehen Menschen, die sagen, ja, ich habe einen neuen Sinn im Leben gefunden. Ich kann meine Werte wieder irgendwo fundamentieren. Die schwimmen nicht nur so im Raum, so das sollte man doch. Und das ist der eigentliche Erfolg, den wir messen können. Der wird uns jeden Tag zigfach gespiegelt. Und dem Erfolg des Radiosenders musste ja jetzt auch die Telekom ein Stück weit weichen. Ein Stück weit, ja. Ihre Vermittlungsstelle war hier im Nachbarhaus untergebracht, Nachbarhaus vom Medienhaus, das der Farbfrühende Stiftung gehört. Und seit vielen Jahren waren dort damals noch die ganz umfangreichen Gerätschaften untergebracht mit den Relaischränken und so weiter. Inzwischen, im Laufe der Jahre, war das ja auf ein relatives Minimum runtergeschrumpft. Trotzdem waren da zwei wunderschöne Räume immer belegt. Und nachdem wir Gott sei Dank expandieren, hatten wir es auf die Räume abgesehen. Und wir hatten dann die Telekom mal gefragt, hatten da auch eine sehr nette Ansprechpartnerin, ob das dann möglich wäre, den Mietvertrag vielleicht etwas früher zu beenden. Und das war dann doch ein bisschen schwierig. Jeder braucht jeden Winkel hier. Ob das eine Garage ist, ob das eine Tiefgarage ist, ob das ein Kellerraum ist, alles ist voll. Wenn die Gäste hier sind im Winter, ist es voll, weil es einfach schön ist. Wir haben viel Schnee. Gut, niemand war bereit, etwas abzutreten auf gut Deutsch. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie nach draußen. Und das Ende vom Lied war dann, dass man gesagt hat, Telekom bestellt einen Container. Und die Gemeinde hat gesagt, gerne, aber nur, wenn er Holz verkleidet wird, damit er hier in die Landschaft passt. Und wir haben gesagt von Radio Hore, weil wir ja doch Beziehungen auch zur Diözese haben, wir schauen mal, ob das nicht auf dem Grundstück von der Diözese möglich wäre. Nochmal ein Haus weiter. Und so wurde es dann. Jetzt haben wir da drüben ein schönes, schnuckeliges Containerchen stehen sozusagen. Da läuft die neue Technik schon seit einiger Zeit. Und wir können in Kürze mit dem Ausbau dort beginnen und werden dort vier neue Büros gewinnen. Ja, also tolle Zusammenarbeit, war ein schönes Projekt. Eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Anbindung durch die Telekom ist für den Betrieb von Radio Horeb wesentlich. Schließlich sind Call-in-Sendungen ein wichtiger Bestandteil des Programms. Und natürlich wollen auch die rund 40.000 Gäste, die jedes Jahr in Balderschwang übernachten, nicht auf Telefon und Internet verzichten. Nach Balderschwang gelangt man über eine 14 Kilometer lange Serpentinenstraße. Hierher führt kein Kabel. Deshalb versorgt die Telekom die Ortschaft über eine Richtfunkanlage auf dem Nebelhorn. So, jetzt haben wir gesehen, warum schnelles Internet auch in Balderschwang wichtig ist. Und wer hier mal Urlaub macht, weiß jetzt auch, dass er auf nichts verzichten muss. Für Versorgung ist gesorgt. Und im Zuge der Umbauarbeiten am Nebelhorn und hier an der Richtfunkanlage in Balderschwang werden wir dann auch LTE einschalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017